Lernen ist wie ein Meer ohne Ufer. Dieser Satz stand von dem chinesischen Weisen Konfuzius. Er spricht von der unermesslichen Offenheit der Wirklichkeit, die uns lebenslang begleitet. Wer lernen will, muss offen sein für alles, was ihm begegnet. Das beginnt sehr früh in der Kindheit und gilt für das ganze Leben. In der Schule ist das Lernen institutionalisiert. Aber eine gute Schule vermittelt nicht nur Stoff und die Lerninhalte verschiedener Fächer. Sie vermittelt vielmehr die Grundfähigkeit zum lebenslangen selbstständigen Lernen und fördert die Voraussetzungen dafür, dass wir uns in unserem Leben zurechtfinden, auch wenn wir den schützenden Raum der Institution Schule verlassen. Schon in der Schule geht es ja nicht immer gleich um den Nutzen, den wir unmittelbar aus dem Lernen und einem konkreten Wissen ziehen. Es geht vielmehr darum, sich in viele Bereiche hineinzuarbeiten, um sich im Leben in seiner ganzen Vielfalt auszukennen und sich in seiner Weite zurechtzufinden. Es ist wichtig und gut, wenn man bestimmte Lerntechniken beherrscht. Aber es braucht für wirkliche Lebenstüchtigkeit noch etwas anderes und etwas ganz Grundsätzliches. Eine Haltung der Offenheit und der Neugier. Eine solche Haltung kann viel Freude machen. Wenn ich mich an meine eigene Schulzeit erinnere, so war ich einfach interessiert an dem, was die Lehrer erzählten. Schule hat mich nicht abgestoßen oder gelangweilt. Ich wollte möglichst viel wissen. Das Leben war so spannend, so vielfältig und so voller Farben. Natürlich gab es Fächer, die mich weniger interessierten. Aber ich bin heute dankbar, dass unsere Lehrer uns offensichtlich für das Leben und für die Welt begeistern konnten. Wir haben uns für die Geschichte interessiert, weil man uns nicht nur Fakten eingebläut hat, sondern weil uns auch die Lust vermittelt wurde, die Gedanken der großen Philosophen und die geistige Welt der Griechen und Römer kennenzulernen. Mit dieser Offenheit und Neugier ging ich auch ins Kloster und begeisterte mich für die frühen Mönche. Ich war fasziniert von ihrer radikalen Lebensform, von ihrer entschiedenen Askese, auch wenn mir vieles erst einmal unverständlich blieb. Weil sie mich interessierten, wollte ich sie tiefer verstehen. Im Studium der Theologie erschloss ich mir eine geistige und geistliche Welt. Ich wollte nicht nur lernen, um Bescheid zu wissen oder um ein gutes Examen zu machen. Ich wollte hinter das kommen, was in den festgeschriebenen Sätzen stand. Mich interessierte, warum Theologen vergangener Jahrhunderte so und nicht anders gedacht hatten und welche existenzielle, soziale und geistige Erfahrung hinter ihren Gedanken stand, was sie im Innersten bewegt hatte. Das war nichts Abstraktes, sondern es hatte mit mir selber und mit meinen eigenen Fragen zu tun. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es gerade unter Jugendlichen eine große Aufbruchstimmung. Als Romano Guardini damals für die Jugend auf Burg Rotenfels Besinnungstage hielt, da scharrten sich abends viele Jugendliche um ihn und diskutierten lange mit ihm über die Fragen des Glaubens und des Lebens. Es war damals eine wissbegierige Jugend. Man rang um die wahre Gestalt des Glaubens, um den Sinn des Lebens, um die Grundfragen des Menschen. Heute beklagen sich nicht nur Theologie-Professoren, dass viele Studenten gar nicht diskutieren wollen. Sie wollen nur ihren Stoff für die Prüfung lernen, damit sie dort gut abschneiden. Alles andere scheint sie nicht zu interessieren. Das führt zu einer Einengung des Denkens und des geistigen Horizonts, zu einem Verlust geistiger Lebendigkeit. Es braucht die Offenheit für die Probleme dieser Welt, um für sich selbst den Weg zu erkennen, der für einen stimmt. Auch Offenheit kann freilich zum Problem werden. Orientierungslosigkeit auf einem offenen Meer kann lebensgefährlich sein. Die Gefahr der Offenheit im Sinne von fehlender Orientierung und Verbindlichkeit in unserem Leben ist, dass wir jeder Modeströmung nachlaufen. Nach allen Seiten offen sein. Das kann auch heißen, dass man Auseinandersetzungen lieber aus dem Weg geht. Dass man Festlegung scheut und damit bemäntelt, dass man gar keinen eigenen, sicheren und festen Standpunkt hat. Und so sagt man heute mit einiger Berechtigung, wer nach allen Seiten offen ist, der ist nicht ganz dicht. Bei einem Menschen, der in diesem Sinne offen ist, hat man den Eindruck, es fließt alles aus ihm heraus. Er kann nicht bei sich bleiben. Er findet keinen festen Stand. Wenn wir in diesem Sinn offen sind, heißt das, wir interessieren uns für alles, aber wir prüfen es nicht. Wir gehen mit den Moden, laufen dem Zeitgeist hinterher und wechseln alle zwei Jahre unsere Meinung und unseren Lebensstil. Wir lassen uns dann auch von geistlichen Meistern, die gerade en vogue sind, vorschreiben, wie wir zu leben haben. Sie sagen dann, was wir zu tun haben, damit unser Leben angeblich gelingt. Heute gibt es sowohl im religiösen wie im psychologischen Bereich ständig neue Strömungen, denen man nachjagt und von denen man das Heil erwartet. Es fehlt oft die persönliche Auseinandersetzung, die eigene, das heißt persönlich verantwortete Klärung. Manche meinen, sie würden etwas versäumen, wenn sie den neuesten Trend des gesunden Lebens verpassen würden. Sie hüpfen von einem Gleis zum anderen und kommen doch nicht weiter. Sie bewegen sich ständig und haben doch keine Richtung. Sie sind ziellos. Der Mystiker Johannes Tauler hat für das Phänomen der geistigen und geistlichen Entwicklung ein schönes Bild gefunden. Er verwendet das Bild von der Schlange, die ihre Haut abstreift. Sie häutet sich, damit eine neue Haut wachsen kann. Sie sucht zwei eng zusammenliegende Steine und schlängelt sich durch diese Enge hindurch. Auf diese Weise kann sie die alte Haut abstreifen. So müssen auch wir in unserem Leben durch manchen Engpass hindurch. Dann verwandelt sich unser Leben wirklich. Dann werden wir innerlich erneuert. Wenn ich immer wieder auf einen neuen Zug aufspringe, werde ich zwar ständig in Bewegung sein, aber ich werde nie durch den Engpass hindurch kommen, durch den ich Verwandlung erfahren könnte. Begegnung kann selber das Wunder der Öffnung bewirken. Wenn Menschen, Männer und Frauen, Junge und Alte, Freunde oder Fremde sich wirklich begegnen, dann öffnet sich ein größerer Horizont, der die Welt mit neuen Augen sehen lässt. Begegnung verändert die Menschen. Und wirkliche Nähe, die daraus entsteht, gibt ihnen eine größere Weite. Und sie verändert auch die Welt, macht sie heller. Aber ich kann nicht den anderen aufgehen oder mit ihnen verschmelzen. In der Begegnung, wenn sie gelingt, erfahre ich mich auch selber intensiver und besser. Und bei aller Offenheit für das Neue in der Welt und für neue Wege, sei es im geistlichen und psychologischen oder medizinischen Bereich, muss ich meiner eigenen Spur folgen. So wie es in meiner persönlichen Entwicklung und meiner Beziehung zu anderen Menschen immer beides braucht, Nähe und Distanz, sich reiben und sich zurückziehen, Verbindlichkeit und Freiraum, Einsamkeit und Gemeinschaft. So ist es auch eine lebenslange Aufgabe, zwischen den beiden Polen die richtige Mitte zu finden. Zwischen der Offenheit für alles, was mir begegnet und der Erkenntnis dessen, was nur für mich entscheidend und für mein Leben wichtig ist. Ich muss sensibel werden für das, was für mich stimmt. Und ich brauche ein Gefühl für meine Einzigartigkeit. Jeder Mensch ist einmalig. Jeder hat die Aufgabe, in diese Welt seine einmalige Lebensspur einzugraben. Darum geht es letztlich in meinem Leben, in der begrenzten Zeit, die mir zur Verfügung steht. Mit dieser Einsicht gilt es ernst zu machen. Um meine ureigenste Lebensspur zu entdecken, hilft es, mich der Wirklichkeit des Lebens in seiner ganzen Fülle zu öffnen und mich von dem vielen, was ich außen kennenlerne, anregen zu lassen. Aber noch wichtiger ist es, dass ich in mich hineinhorche. Wo erfahre ich Stimmigkeit? Wo fließt das Leben bei mir? Wer bin ich selbst? Habe ich mich in ein Korsett gezwängt, das andere mir übergestülpt haben mit ihren Erwartungen, die sie an mich richten? Was ist das einmalige Bild, das Gott sich von mir gemacht hat? Dies sind die Fragen, die mich auf meine ureigenen Lebensspur bringen können. Natürlich kann ich auf diese Fragen nicht gleich mit konkreten Sätzen antworten. Dieses in sich hineinspüren braucht Zeit und Geduld. Es braucht auch Erfahrung, die nicht von einem Tag auf den anderen einfach schon gegeben ist. Aber indem ich mir diese Fragen stelle, komme ich langsam immer mehr mit mir und meiner Einzigartigkeit in Berührung. Ich bekomme ein Gespür für mein unverwechselbares Wesen. Vielleicht formen sich auch Worte, die meine Lebensspur ausdrücken. Für mich persönlich ist so ein Wort Weite. Ich möchte mit einem weiten Herzen auch um mich herum Weite und Freiheit ausstrahlen. Ein anderer hört in sich das Wort Klarheit. Er sieht seine Lebensspur darin, in sich klar zu sein und um sich herum Klarheit zu schaffen und zur Klärung von Unklarem und Trübem beizutragen. Wieder andere fühlen sich angesprochen vom Wert der Schönheit. Eine Frau, die ich in Gesprächen auf ihrer Suche nach ihrem eigenen Auftrag im Leben begleiten durfte, spürte in sich dieses Wort. Schönheit. Ihr war es wichtig, um sich herum die Räume schön zu gestalten und es den Kindern, für die sie arbeitete, schön zu machen, ihnen schöne Stunden zu bereiten. Wir sollen in der Schule des Lebens lernen, was uns begegnet und was die Welt bestimmt, die um uns herum ist. Nur wer seine Umgebung kennt und versteht, kann auch mit ihr kommunizieren und Gemeinschaft erfahren. Wir müssen aber auch lernen, in uns selbst die Einmaligkeit zu entdecken und dem eigenen Stern zu folgen, der nur über unserem Leben steht. Wenn wir uns zu sehr nach anderen richten, werden wir entweder unzufrieden und enttäuscht, weil wir damit nicht die Wirkung erzielen, die wir möchten, oder aber wir werden erschöpft. Wir verbrauchen unsere Energie für ein Projekt oder für ein Ziel, das für uns nicht stimmt. Und wir haben dann keine Energie mehr übrig für das eigene Leben und die persönliche Lebensspur. Oft ist die Erschöpfung ein Zeichen dafür, dass wir nicht der eigenen Lebensspur folgen, sondern uns in eine Form gepresst haben, die für uns nicht stimmt. Manchmal werden wir auch krank, wenn wir gegen unsere Spur leben. Dem eigenen Stern folgen und die eigene Lebensspur in diese Welt eingraben, das bedeutet nicht, dass ich etwas Großes oder in den Augen meiner Umgebung Bedeutendes leisten muss. Es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass ich mit meinem innersten Wesen in Berührung bin und das in diese Welt hinein ausstrahle. Für den einen ist es die Ausstrahlung von Heiterkeit, von Lebensfreude. Für den anderen die Ausstrahlung von Weisheit und Tiefe, von Hoffnung und Zuversicht. Ich höre immer wieder die Klagen, ich kann doch nichts Besonderes. Ich habe keine Bücher geschrieben, kein Projekt ins Leben gerufen, keine äußeren Werke hinterlassen. Jeder von uns steht morgens auf und begegnet anderen Menschen. In jeder Begegnung habe ich eine Ausstrahlung. Es ist meine Aufgabe, diese Aufgabe zu sehen. Es liegt an mir, ob ich den Menschen als zerstreuter, in sich gefangener Mensch, als unzufrieden und mürrisch begegne oder aber als offen, interessiert, freundlich. Es liegt an mir, ob ich mich von anderen abschotte oder ob ich zuhöre, ob ich milde und liebe ausstrahle. Positive Ausstrahlung kann immer auch unter schwierigen Voraussetzungen gelingen. Eine depressive Frau meinte einmal im Gespräch mit mir ganz resigniert, sie könne nichts ausstrahlen. Sie hätte an ihrer Depression genug zu leiden. Ich versuchte ihr, eine andere Perspektive zu vermitteln. Niemand erwartet von ihr, dass sie Fröhlichkeit oder Optimismus ausstrahlt. Aber es ist ihre Entscheidung, ob sie sich mit ihrer Depression versöhnt. Denn wenn sie sich mit ihrem Leiden versöhnt, wird sie trotz einer oft niederdrückenden Stimmung etwas von Hoffnung und Tiefe ausstrahlen. Man spürt ihr dann an, dass das Leben nicht so einfach ist, dass es eine unergründliche Tiefe hat. In der Begegnung mit einem solchen Menschen erahnen wir etwas vom Geheimnis des Menschseins und von den Abgründen der Seele. Natürlich kann diese Frau die anderen für ihre Depression verantwortlich machen, weil sie sie nicht verstehen oder sie nicht besuchen. Doch dann würde sie Bitterkeit ausstrahlen und für alle zum lebenden Vorwurf werden. Die Entscheidung liegt in ihrer Hand. Für uns alle gilt, wir können uns unsere ureigene Lebensspur nicht selber aussuchen. Aber wenn wir uns mit unserem Leben aussöhnen und unser einmaliges Leben in seiner Größe und in seiner Schwäche bewusst leben, dann geht von uns eine Spur aus, die auch andere zum Leben einlädt. Sei in deinem Leben offen für alles, aber folge immer deinem Stern. Lass dich anregen von allem, was dir begegnet. Geh hinein in das Geheimnis des Lebens. Suche es mit allen Sinnen. Versuche die Höhen und Tiefen des Lebens zu erforschen. Sei vor allem offen für die vielen Begegnungen, die du täglich erleben darfst. Lass dich durch jede dieser Begegnungen wandeln. Wachse immer mehr in deine eigene, einmalige Gestalt hinein durch jeden Menschen, der dir auf deinem Weg begegnet. Aber folge dabei immer auch deinem eigenen Weg. Blicke auf deinen eigenen Stern. Sei achtsam auf dich selber. Entwickle ein gutes Gespür für deine eigene Identität. Sei achtsam für das, was dich ganz persönlich ausmacht. Du bist einmalig. Du bist einzigartig. Grenze dich gut ab, bevor du dir selbst verloren gehst. Setze eine Grenze, wenn deine Energie aus dir herausfließt. Halte inne, wenn deine eigenen Konturen zu verschwimmen drohen. Spüre in dich hinein. Erspüre, was für dich richtig ist. Lebe nach deiner eigenen Stimmigkeit. Richte dich nicht nach den anderen. Lebe so, wie es dir zu innerst gemäß ist. Achte immer darauf, was dein Wesen ausmacht. Du wirst es erkennen, wenn du im Einklang bist mit dir selbst. Wenn du in dir einen tiefen Frieden fühlst. Du wirst es spüren, wenn dein Leben in dir fließt. Du springst, wenn du das jetztätze. Untertitelung des ZDF, 2020